Ja, Hallöchen! Tagesmotivation von heute, Performance. Was für eine Performance legen Sie an den Tag? Es ist ganz, ganz wichtig, dass Sie das auch einstudieren, dass Sie wirklich nur die Performance an den Tag legen, die Ihnen auch Spass macht. Das machen leider die meisten Menschen nicht und sind dann total erstaunt, wenn da teilweise wirklich sehr unschöne Ergebnisse herauskommen. Und das kann man einfach wirklich vermeiden, indem man wirklich, wirklich, wirklich darauf schaut, dass man eine super tolle Performance an den Tag legt. Und das kann man auch lernen, wie man mit der Performance umgeht. Je besser die Performance ist, je mehr Spannung drin ist, je mehr Spaß drin ist, desto erfolgreicher sind sie ganz einfach. Menschen ohne Performance, die sind einfach sehr, sehr langweilig und mit langweiligen Menschen gibt man sich einfach nicht gerne ab, denn das Thema ist immer Entertainment, das Thema ist immer Unterhaltung. Je mehr Unterhaltung, desto besser. Darum machen Sie es ganz einfach. Arbeiten Sie täglich an Ihrer Performance und tun Sie es immer wieder überprüfen, was war gut, was war sehr gut, was war weniger gut. Und dann tun Sie es entsprechend ändern, tun Sie es entsprechend verfeinern, dass es einfach weitergeht, mit Spass weitergeht, mit viel Dynamik weitergeht. Weil das ist einfach das, was wir brauchen. Und wenn wir wirklich unser Leben leben, wenn wir wirklich in unserer Performance drin sind, dann haben wir nur noch Freude. Und über die Freude kommt ganz, ganz automatisch auch der Erfolg. Das ist leider das, was die meisten total verpeilen und auch vergessen. Und das finde ich einfach schade, wenn man einfach so lebt. Und darum achten Sie wirklich, wirklich darauf, dass Ihre Performance stimmt bis ins kleinste Detail. Und Sie können auch ohne weiteres jederzeit Ihre Performance auch wieder ändern. Und das ist einfach sehr, sehr schön, weil das ist einfach etwas sehr, sehr, sehr Wichtiges für Sie. Je mehr Sie Performance haben, desto besser ist es ganz einfach. Auch das können Sie natürlich lernen. Wenden Sie sich an uns. Gerne helfen wir Ihnen, dass Sie endlich die Performance finden. Tschüss, bye bye, ihr Hans Kramerin.